Das Thema. Wir sind zurück hier bei uns in der Sockel-Lounge. Der Fidan tut unser Klebeleufstirne kleben. Was ich selber auch nicht weiss. Ich schmink mich wieder weg. Ich schmink mich wieder weg. Ich schmink mich wieder weg. Endlich mal geschminkt, oder? Endlich mal Gutes. Gut, das ist schwierig. Ist das schwierig? Klebt es nicht? Ja, das ist gut. Du darfst dafür anfangen. So. Es geht so. Jeder hat 45 Sekunden, die man am Stück fragen darf. Möglichst kreative Fragen. Nicht schauen, nicht schauen. Ich habe nicht geschaut. Ich habe wirklich nicht geschaut. Und dann läuft eine Uhr. 45 Sekunden hinter sich. Dann müssen wir rausfinden, wer man ist. Was? Schweizer Nazi? Schweizer Nazi, aktive oder ... Oder Ehemalige. Die erhebt. Oder Ehemalige. Nicht Gutes. Martin kann anfangen. 45 Sekunden. Achtung. Fertig. Los. Ist er weit umgereist? Ja. Ist er italienisch? Ein bisschen. Ist er sozial arbeiten? Nein. Nein. Doch. Peckowitsch bist du nicht. Dann gehen wir weiter. Könnte es sein, dass er bei Juve schon mal ein Meister geworden ist? Nein. Definitiv nicht. Also gut, dann gehen wir in die Schweiz. Zum Schalke 04. Nein. Auch nicht. Ganz schwierig. Dann habe ich mit den Händen schon gearbeitet? Nein. Bei der Goli? Nein. Auch nicht. Dann einen offensiven Verteidiger? Nein. Auch nicht. Dann bin ich der rechte Flügel? Nein. Linke Flügel? Nein. Auch nicht. Dann bin ich der Materialwart? Nein. Oh! 40 Sekunden sind rum. Kannst du noch eine Tipp? Noch eine Frage. Kannst du noch eine Person nachgeben? Nein. Bin ich der Arzt von IB? Der Kuno Wetzel? Kannst du schauen, ob du bist? Gut. Danke, Wilma. So wie du dahin tust. Nicht, dass sie wissen, wer ich bin. So. Lupo. Okay. Bist du bereit? Achtung. Fertig. Lohn. Ja. Habe ich im Ausland gespielt? Ja. Mittelfeld? Nein. Stürmer? Nein. Defensiv in dem Fall. Ja. Verteidiger? Nein. Lechter? Nein. Kein Verteidiger? Nein. Defensiv. Ja, viele gibt es nicht mehr. Defensiv. Kein Verteidiger. Viele gibt es nicht mehr. Defensiv im Mittelfeld? Defensiv. Kein Verteidiger. Defensiv. Mit den Hängen. Oh, Goali. Zubi. Ah! Zubi. Ja. Ja. Defensiv. Defensiv. Aber Goali sind keine Defensiv. Roli? Gut. Achtung. Fertig. Spieler oder Trainer? Ja, du musst ... Was? Bin ich ein Spieler? Ja. Ich habe das aktuelle Spieler? Ja. Ja. Novi? Doch. Meistens nicht. Meistens nicht. Spiele ich im Ausland? Ja. Ja. Bin ich klein? Ja. Ich bin 1,20. Ja. Das schert halt schon. Jawohl! Aktiv. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, okay. Aber eigentlich ist es schon ... So, die Sendung wäre an dieser Stelle bei Ende? Nein, sicher nicht. Gut. Achtung. Fertig. Los. Bin ich Trainer? Genau. Bin ich Trainer? Ja. Bin ich Sozialarbeiter von Ed Caritas? Trainer? Nein, nicht mehr. Bin ich aktiv im Trainer-Business noch im Moment? Bin ich ... Hm ... In Super League? Nein. Bin ich in Challenge League? Ja. Hast du die Chiris Vorto? Ja, genau. Du bist gut. Herrlich. Absprach. Klaus. Warst du stark? Warst du stark? Das ist wie Telefon abgesprochen. Genau. Nein. Nein, ist gut. Gratuliere. Siegerheimer, du bist bei 19 Sekunden. Bist du? Ja. Stark. Rolli-Schwegl. Ja. Es hat Strukturen drin. Man merkt es. Auf der Rolli. Gesundheit, Rolli. Bravo. Danke schön. Man merkt es. Richtig Spielpunkt. Jawohl. Das Lächste vor Weihnachten ist immer extrem wichtig. Ja, genau. Aber Lamyla raten. Deine Leistung zählt nicht. Die Leistung der Mannschaft ist wichtig. Ja, heute nicht. Heute also definitiv nicht. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7pm on SportalHD.com.